Das ist Familie Ahler aus Oldenburg. Ina und Thomas tun ihr Bestes, um ihre Kinder zu unterstützen. Sie helfen bei den Hausaufgaben und spielen viel miteinander. Doch die gemeinsamen Aktivitäten beschränken sich meist auf Zuhause. Sie würden ihren Kindern gerne einmal einen schönen Ausflug ermöglichen. Aber leider hat die Familie nicht viel Geld zur Verfügung. Auf dem Spielplatz erzählt Inas beste Freundin Mara ihr vom Verein Kinderlachen Oldenburg e.V. Die ehrenamtlichen Helfer ermöglichen es den Kindern kostenlos einen tollen Tag in einem Freizeitpark zu verbringen. Sie sind dabei immer bestens betreut und können Freundschaften mit den anderen Kindern der Gruppe schließen. Die Kinder sind überglücklich und das macht auch Ina und Thomas glücklich. Im nächsten Monat steht dann unter anderem ein Kinobesuch an und die Vorfreude darauf ist schon jetzt deutlich zu spüren. Möchtest du deinen Kindern auch tolle Erlebnisse schenken, doch dir fehlt es an finanziellen Mitteln? Wir unterstützen dich dabei. Unser Team freut sich auf deine Kontaktaufnahme.